Und wieder zu Okay, das war Barbara, die kleine, bekloppte Barbara Jetzt ist nur die Frage, wo geht's weiter? Da nicht Da auch nicht Geh ich halt da wieder rein Ich mag mich mit der Musikbox spielen Ja Und hier gibt es verschlossen Oh, das war Barbara Hades Vater, Odin, hat das original Haus Mhm Barbara Das ist lustig All those times I played with the musicbox and never found the basement key Ah, ja Klar, wir gehen jetzt einfach nach unten In diesem Massey House Du 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 So, da ist die Spiegelua Jetzt wissen wir ja, wie's funktioniert Aha Schlüssel Oh, wir sind genial Durch einen Comic Haben wir das herausgefunden Ich möchte Poolbillard spielen Kann ich Poolbillard spielen? Nein Umweltfreundlicher Umweltfreundlicher Klarspüler Der hier schon locker 50 Jahre rumsteht Tätanonsspritze Ah, hier ist bestimmt die Story von dem Von dem Sven Und wir werden jetzt bestimmt herausfinden Aha Ja, ne ist klar ein Geheimgang Oh Uh Gott, wer baut so ein Haus? Was ist das für ein Haus? Das ist kein normales Haus mehr Ich glaub so Ja, alle sind tot Ha, ha, ha Ich glaube, dass wir uns nicht sehr weit sind Hat er sich in den Atomschutzbunker gebockt? Das ist doch ein Posten Ja, so ein Bild, was da vorklebt Ja, super Okay, da ist noch ein weiteres Aber hier haben wir auch noch was Walter Goodbye, everyone I can't believe I've been down here for 30 years 30 Jahre lebte der da unten Ach, du heiliger Bimbam Was für eine Herausforderung Ich muss eine Metalldose aufmachen Innovativ Ich habe auf die Zeit Ich habe eine Zeit für heute Ich habe eine Zeit für heute Ich habe heute schon vorhin Ich habe immer erwartet, dass du morgen tot bist Ich habe heute jeden Tag Ich habe nichts mehr Ich habe nichts mehr Herzhaft, ich muss noch eine Blöde Dose aufmachen Das Level ist nur Dosen aufmachen Ich habe mich nicht mehr Ich habe mich nicht mehr Mahlzeit Nein, jetzt habe ich keine Lust zu essen Jeden Tag um zwölf Oh, keine Dose Du musst mal einkaufen, alter Mann Kann ich hier aufmachen? Nein, kann ich nicht Spiel, was willst du? Ah Ah, guck mal damals, willst du von mir? Okay Gott, alles Bücher, Hilfe Oh, geht weiter Und Molly Es war ein Fluch Vielleicht ist das alles ein Fehler Das alles ein Fehler Hatte jetzt jemanden eingeschlagen? Selbst wenn es mich tönt Dann fress nicht so viele Dosen Freis Kacke Oh, hat er sich jetzt rausge... prügelt? Prügelt Essen, du hast Eta selber gefressen Oder ein Monat Oder ein einziges Wochen Ich wäre glücklich, bevor ich mich wäre Ich wäre glücklich, bevor ich mich wäre Ich wäre glücklich Ich kann bereits die Sonne vorstellen, wie ich mich wäre Ähm Okay Hey Na, vor den Zug gekommen Tja Wo ist Walter? Yeah Aber Jetzt wissen wir, dass wir hier weiterkommen Mach auf die Luke Boah Wenn er gleich natürlich auch noch zu kommt Der mich überfährt, dann... Ich bin nicht ein Kopfgürzer Ich will das diesmal, dass ich sag zu Bartow Ich will Erdnussbutter Weil dann kann ich hier singen Peanut butter jelly time Peanut butter jelly time Wie ich jetzt zwanghaft versuche Eine gewisse Person hier zu machen zu bringen Ich will nicht die gleichen Fehler, die sie gemacht hat Ich will nicht die gleichen Fehler, die sie gemacht hat Ja, ich möchte mir hier die Kackkuhle angucken Das nennt man Mülleimer Der hat seinen Müll nie rausgebracht Fliegen sind da auch... Päh Pfui Ich will da rein Ich will da Ich will da Wir haben so viel in der Familie Kurs. Wir haben es wirklich gemacht. Wir haben so viel in der Familie Kurs. Wir haben es wirklich gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt nicht hätte. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt nicht hätte. Vielleicht wäre es besser, wenn alles das einfach nicht sterben würde. Vielleicht wäre es besser, wenn alles das einfach nicht sterben würde. Aber ich dachte, du müssten über eure Familie wissen. Aber ich dachte, du müssten über eure Familie wissen. Und die Geschichte... Und die Geschichte... Das Spiel kannst du mir mal sagen, wo ich jetzt lang latschen soll. Ah ja. Ab zum Strand und dann wieder da hoch. Ich glaube, die Leute in den Geschichten verliebt haben. Für was war es. Ich glaube, die Leute in den Geschichten verliebt haben. Die Geschichte der Overlay für die ZCONsize. Horque H Calvin ist vorbei. Und die Geschichte der Overlay für die ZCON convince. Sie sind weitere Gefjehlein zu kommen. Und das Unternehmen der Overlay für die ZCON notamment zurückblumen. Und die Geschichte der Overlay für die ZCON rumorsSEG. Hm, ich glaube, ich muss da ankommen. Was? Der Tierfriedhof? What the fuck, mein ich. Der ist aber ein großer Friedhof der Kuscheltiere. Zerpy, lerpy, furpy, chirpy, burpy, derpy, 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 junior. Ah, ja. Wieso steht da Schatzi? 95 bis 2009, okay. Ein Hase namens Oliver. Ein Hund namens Bob. Shadow, Christopher, Bailey. So, Molly haben wir die Geschichte auf jeden Fall. Calvin haben wir gehört. Sven, Eddie, so halbwegs. Walter haben wir gehört. Barbara haben wir gehört. Es kann viel sein, dass wir das Spiel jetzt durch haben. What? Ach, hier ist noch ein zweiter Friedhof. Gott, gibt's hier auch noch mehrere Wege, oder what? Und hier ist noch ein secret. Ach, hier ist noch ein secret. Blub, 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 blub. Ich glaube, das Haus hat einen, hat, ist titanikt. Das Untergang. Von dem fehlt mir ja auch. Ach, halt doch die Schnauze. Will hin. Gregory, Sam, Gus. Gott, noch mehr Friedhofsteine hier. Ich weiß, warum sie so hart hat, um uns zu retten. Milton. Sanjay Kumar. Ja, was, wo? Ich weiß, dass ich meine Mutter jetzt fragen kann. Ein Teil meiner Meinung nach denkt, das ist, was sie allgemein will. Voll der Rundgang hier. Das Spiel ist very deprimierend. Und verwirrend. Aber vor allem deprimierend. Ach, hier war ich als Katze schon. Kitation. Okay. Darf sheim. Warum? Warum. Warum? 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 Vielen Dank.